Weltmeisterschaft World Championships of Marching Show Bands Potsdam 2010 score for finals in the show competition on Sunday 1st of August in 2010. Robert Eklund, President des Weltverbandes der Marching Show Bands. The ceremony is led by Robert Eklund, President of the WOMSB. Potsdams Oberbürgermeister Jan Jacobs und der Botschafter von Taiwan, Dr. Wu-Lian Wai. Jan Jacobs, the Mayor of Potsdam, and Dr. Wu-Lian Wai, the Ambassador of Taiwan. Ram 3, mit 90,71 Punkten geht an die Fanfara Municipal Antibaya. Second corner up is Fanfara Mulichikara Antibaya from Germany with 90,171 points. Jan Jacobs, the Mayor of Potsdam, and Dr. Wu-Lian Wai. Thank you. Thank you. Jan Jacobs, the Mayor of Potsdam, and Dr. Wu-Lian Wai, the Ambassador of Potsdam, and Dr. Wu-Lian Wai, the Ambassador of Potsdam, and Dr. Wu-Lian Wai. The Mayor of Potsdam, and Dr. Wu-Lian Wai, the Ambassador of Potsdam, and Dr. Wu-Lian Wai. First corner up of this year's World Championship in the control finals goes to the Fantastic Potsdam with 90,92 points. and Dr. Wu-Lian Wai. The Mayor of Potsdam, and Dr. Wu-Lian Wai. Auf 5,8 Punkten wird Chienkuhi-School Marching Bank aus Köln gewinnen. Und dringend ist Chienkuhi-School Marching Bank von Taiwan mit einem unglaublichen 92.58 Punkt. Applaus Rang 4 Mit 87,81 Punkten erreicht der Fanfarenzug Schrausberg. Applaus Rang 5 Mit 87,81 Punkten erreicht der Fanfarenzug Schrausberg. Applaus Rang 5 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 mit 86.72 points Platz 6 mit 85.53 geht eine Jakambo Marching Band aus Thailand 6.3 Jakambo Marching Band von Thailand mit 85.53 points Rang 7 mit 84.22 Punkten geht nach Dänemark an Hulbeck-Görling The 7th place brought their own supporting team Hulbeck-Görling number 84.22 points Rang Nr. 8 mit 83.81 Punkten erregt Berufs-Digge-Garde aus Dänemark an 83.81 points to Wolfs-Digge-Garde aus Dänemark work sagen Applaus 83,09 Punkten Aus Deutschland der Fanfarezug Berlin Und aus Polen das Orchester Deta Granioso And the same points with 83,09 points goes to Fanfarezug Berlin, Germany and Orchester Deta Granioso from Poland Ging Ging Applaus Mit 82,11 Punkten erringt aus Deutschland die Schopen Rasteter. Und das, die 11. Platz geht zu Schopen Rasteter aus Deutschland mit 82,11 Punkten. Applaus Und schließlich an 12 mit 81,50 Punkten Greve Pigelgarde aus Dänemark. Applaus Und last but not least, an der 12th Platz, Greve Pigelgarde aus Dänemark mit 81,50 Punkten. Applaus Applaus Meine Damen und Herren, liebe Gäste, das waren die Siegerwährungen der 14. Weltmeisterschaft für Marching Showbands, Kotsdam 2010. Es reden jetzt zu Ihnen der Präsident des Weltverbandes für Marching Showbands aus Kanada, Robert Ecklund. Applaus Meine Damen und Herren, das waren die Siegerwährungen der Marching Showbands dieser Jahr in Kotsdam 2010. Die nächste Sache auf der Agenda ist ein Gespräch von Robert Ecklund zu Ihnen allen. Ich danke Ihnen wieder und herzlich willkommen Sie in den nächsten Land. Es ist unsere Hoffnung. Diese Ideen und Entschuldigungen werden Sie mit Ihnen in Ihrem Haus und mit Ihrem Familien und der Gemeinsam. Guten Abend, liebe Musiker und Zuschauer. Ihr alle habt euer Bestes gegeben. Eure Auftritte strahlten Energie und Enthusiasmus aus, die von den Zuschauern zurückgegeben wurden. Ich wiederhole es gerne nochmal. Ihr alle habt euer Bestes gegeben. Eure Auftritte strahlten Energie und Enthusiasmus aus, die von den Zuschauern zurückgegeben wurden. In der letzten Woche gab es einen intensiven Austausch von Ideen und Kulturen und es wurden viele neue Freundschaften gegründet. Wir freuen uns viele von euch bei der Weltmeisterschaft 2011 in Malaysia bzw. 2012 in Kanada und 2013 in Japan wiederzusehen. Ich danke Ihnen allen vielen Unterstützern und Sponsoren, die sehr gut gearbeitet haben, dass diese Weltmeisterschaft so eine erfolgreiche Veranstaltung wird. Ohne eure Anstrengungen wären Höhepunkte wie diese nicht möglich. Mein Dank Ihnen auch all den Helfern und Sponsoren, die hart dafür gearbeitet haben, dass diese Weltmeisterschaft so eine erfolgreiche Veranstaltung wird. Ohne eure Anstrengungen wären Höhepunkte wie diese nicht möglich. Continue to develop the qualities of your groups. Good health, goodbye, adieu, until we meet again. Safe travels to your homes. Arbeitet weiter an der Qualität eurer Auftritte und Bands. Auf Wiedersehen, adieu, goodbye, bis wir uns wiedersehen. Kommen Sie alle gut nach Hause. Aplausos Vielen Dank.